Die RTS Luftbefeuchter der Drysteam RX-Serie schließen eine weitere Lücke auf dem Markt für gewerblich-industrielle Luftbefeuchtung. Die Reihe elektrischer Widerstandsluftbefeuchter bietet dabei Leistungs- und Steuerungsoptionen für verschiedenste Anwendungen. Die neuen Funktionen der RTS Luftbefeuchter entsprechen der aktuellen Nachfrage und weisen die Qualität und Zuverlässigkeit auf, die man von Drysteam erwartet. Die Leistung der 21 Basismodelle reicht von 2,7 bis zu 146,9 Kilogramm pro Stunde. Ein elektrischer Widerstandsdampfbefeuchter für jede Anwendung. Mithilfe elektrischer Widerstandsheilselemente wandelt der RTS Luftbefeuchter Wasser in Dampf um. Ein spezieller Füll- und Abschlemmalgorithmus sorgt für eine genaue und gleichmäßige Dampfabgabe. Für die Dampfverteilung stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, darunter passende Raumverteilungseinheiten, die separat oder direkt über dem Befeuchter montiert werden. Alle RTS Luftbefeuchtermodelle sind in einem kompakten und eleganten vinylverkleideten Aluminiumgehäuse untergebracht. Sie verfügen über eine universelle Wasserkontrolle, das heißt, mithilfe der vorhandenen Leitfähigkeitssonden werden alle Wasserarten erkannt, einschließlich UO und DI Wasser. Alle Modelle sind mit einer integrierten Ablaufwassertemperierung ausgestattet, sodass kein externes Wassertemperiergerät benötigt wird. Jedes Gerät beinhaltet standardmäßig eine BACnet-Kommunikation und eine Heizstufe, die über ein Festkörperrelais gesteuert wird. Die relative Luftfeuchtigkeit kann auf Plus oder Minus 1% geregelt werden. Der optionale Mini-Drain-Modus ermöglicht eine kontinuierliche Dampfausgabe rund um die Uhr. Jedes RTS Luftbefeuchtermodell bietet darüber hinaus die Option eines Außengehäuses. Die Montage des RTS Luftbefeuchters geht blitzschnell. Einfach den Rahmen an einem Tragwerk befestigen und Strom und Wasser anschließen. Die vorderen Abdeckungen können leicht mit Vierteldrehungsverriegelungen entfernt werden und ermöglichen so einen einfachen einseitigen Zugang zum Tank und den elektrischen Anschlüssen. UO- oder DI-Wasser kann die Reinigungsintervalle deutlich verkürzen. Der Befeuchter ist jedoch für eine einfache Reinigung ausgelegt. Um Zugang zum Tank zu erhalten, muss lediglich die große Revisionsöffnung entfernt werden. Der Smart-Drain-Algorithmus von Drysteam passt die Entleerungsintervalle automatisch an die Wasserqualität an, sodass gelöste Mineralien aus dem Tank entfernt werden. Der vom Benutzer einstellbare Wasserkimmer entfernt zudem die an der Oberfläche schwimmenden Mineralien. Für Anwendungen mit strengen Hygienestandards minimiert die Entleerung am Saisonende das mikrobielle Wachstum. Der Tankboden ist doppelt abgeschrägt, um eine vollständige Entleerung zu gewährleisten. Die integrierte Vapor-Logic-Steuerung ermöglicht eine umfassende Regelung und bietet eine intuitive Touchscreen-Oberfläche mit kontextsensitiver Hilfefunktion. Ebenfalls integriert ist die webfähige Steuerung und Überwachung, entweder direkt oder über ein Netzwerk. Die neuen Funktionen wurden aufgrund der Nachfrage nach einer Luftbefeuchterreihe mit robustem Funktionsumfang im Basismodell eingeführt. Unabhängig von der Anwendung, ob aus Komfort oder kritischen Gründen, ob groß oder klein. Die RTS-RX-Serie hält für jeden Einsatz das passende Befeuchtungssystem bereit.